Herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu einem Aktionär-TV-Interview. Wir blicken jetzt mal wieder auf Megatrends und dazu möchte ich ganz herzlich Trendfolger Michael Proffe begrüßen. Herr Proffe, heute blicken wir auf zwei Megatrends aus Deutschland. Trotzdem sagen Sie ja eigentlich, dass Deutschland nicht gerade mit Trends glänzt. Woran liegt das? Ja, schönen guten Tag, Herr Ume. Da muss man natürlich sagen, Deutschland hat ganz, ganz viele Trends. Wir sind ein Land, die in einer sehr hohen Ingenieurskultur, wir konnten das gestern Abend wieder sehen, da hat der Bundespräsident den Innovationspreis 2018 vergeben. Also wir sind schon von der Ingenieurskunst ein tolles Land. Nur leider können wir diese Sache nicht am Kapitalmarkt ausleben. Da fehlt ein großes Problem. Wir haben viele Unternehmen in Deutschland, die nicht am Kapitalmarkt sind, die überall Weltmarktführer sind mit ihren ganz tollen Ideen. Aber am Kapitalmarkt, da kommt nichts an. Da sind wir ziemlich klein. Das liegt auch daran an unserer Mentalität. Wir wagen zu wenig. Das politische Umfeld ist nicht ideal. Wir sind Verwahrer. Und die Bürokratie in diesem Land ist da überbordend. Das sind so Hindernisse. Warum haben wir nicht solche großen Unternehmen wie die Amerikaner oder wie jetzt die Chinesen, die kommen? Obwohl wir die Fähigkeiten dazu haben. Und das finde ich eigentlich schade. Aber es gibt gleich ein paar rühmliche Ausnahmen. Zwei Werte haben Sie uns mitgebracht. Wir blicken auf den ersten. Das ist Bechtle. Was macht Bechtle denn zu einem Megatrend? Ja, das ist schön, dass es trotz all dieser Probleme doch Unternehmen gibt, die erfolgreich sind, die ihre Ideen durchsetzen können. Bechtle ist in einem IT-Systemhaus und ist hauptsächlich für den Mittelstand zuständig. Das heißt, dieses Unternehmen stellt Software- und Hardware-Systeme zur Verfügung für Prozessabläufe in allen möglichen Bereichen eines Unternehmens. Also es begleitet das Unternehmen von A nach B. Das Unternehmen muss sich da nicht selber drum kümmern. Was für ein Erfolg hinter solch einem Geschäftsmodell steht, das sehen wir, wenn wir das Chartbild der letzten 15 Jahre anschauen. Dann sehen wir, dass der Aktienkurs kontinuierlich steigt. Das geht natürlich nur, wenn das Unternehmen kontinuierliche Umsätze und Gewinne hat. Also die Nachfrage dafür da ist. Der Chart hat 4000 Prozent, also sehen wir, dass es 4000 Prozent zugelegt hat. Das ist eine Wahnsinnshausnummer. In 15 Jahren 4000 Prozent mit einem Unternehmen, was die Bedürfnisse des Mittelstands befriedigt. Und dieses Unternehmen hat natürlich eine Perspektive. Da wollen wir jetzt drauf blicken. Wie viel Potenzial sehen Sie denn für das kommende Jahr bei der Bechtle-Aktie? Ja, das finde ich wahnsinnig spannend. Wir sehen das ja auch in der IT-Welt. Da findet gerade ein Wahnsinnsumbruch statt. Und auch Bechtle wird dabei sein. Bechtle wird zum Beispiel ein Cloud-Provider. Das bedeutet, das Geschäftsmodell erweitert sich und zwar auf einer ganz neuen Basis. Vorher war das so, da wurde ein Produkt, wenn ich das mal vereinfache, geordert und verkauft. Damit war die Sache erledigt. Als Cloud-Provider geht das Unternehmen in ein Abonnentensystem hinein. Das heißt, das ist ein anderes Geschäftsmodell. Da kommen ständige Gelder rein. Und dass Cloud die Zukunft überhaupt ist, das wissen wir alle. Und jetzt ist ein deutsches Unternehmen, eines von vielen deutschen Unternehmen, ist jetzt dabei und bietet dieses an. Das heißt, wenn ich mir das Chart über die letzten zwölf Monate anschaue, hat die Aktie zwischen 60 und 65 Prozent zulegen können. Diese Dynamik, die wir in diesem Jahr gesehen haben, werden wir auch in den nächsten zwölf Monaten sehen. Und dadurch, dass sich das Geschäftsmodell von Bechtle erweitert und noch wesentlich mehr Potenzial in den nächsten Jahren vorhanden ist, werden wir möglicherweise noch eine größere Dynamik sehen und über die nächsten Jahre eine ständig steigende Dynamik. Bechtle ist Deutschlands führendes IT-Systemhaus. In Europa eine ganz große Nummer erweitert sich immer weiter. Ich kann nur jedem empfehlen, in dieser Aktie dabei zu sein, wenn er eine Performance weit über dem Markt haben möchte. Dann schauen wir jetzt noch auf einen zweiten deutschen Wert, United Internet. Bezeichnen Sie ja auch als Perle am deutschen Aktienmarkt. Was macht denn United Internet alles richtig? Ja, schauen wir einfach mal auf das Chartbild über die letzten 15 Jahre. Denn sieht das ja danach aus, die Aktie hat 10.000 Prozent zulegen können. So eine Entwicklung kann man ja nur haben, wenn man anscheinend alles richtig macht. Das heißt, der ehemalige E-Mail-Anbieter und Internet-Provider, jetzt ist er vom E-Mail-Anbieter zum Internet-Provider, entwickelt sich ja auch ständig weiter. Ist die Nummer zwei in Deutschland hinter der deutschen Telekom, natürlich mit gigantischem Abstand. Aber die Dienstleistung, die 1&1 anbietet, also die United Internet, kommt bei den Kunden an. Hier sehen wir auch eine riesige Wachstums-Storie. Das Potenzial für dieses Unternehmen ist gigantisch. Das Unternehmen hat ja vor kurzem sich auch erst drillisch zum Beispiel einverleibt und wird in Zukunft weitere Zukäufe machen. Das heißt, die Kurssteigerung, die wir hier über die letzten 15 Jahre gesehen haben, ist gerechtfertigt, weil das passt zu den Umsetzen und Gewinnen. Das Unternehmen zeigt ständig steigende Gewinne und diese spannende Geschichte wird ja auch hier weitergehen. Und dann auch hier die Frage, was erwarten Sie für 2018? Ja, da sehen wir ein ähnliches Bild wie bei der Bechtle. Auch die Aktie hat in den letzten zwölf Monaten um die 60 Prozent zulegen können. Und auch da gehe ich davon aus, dass 2018 eine ähnliche Performance erzielt wird, weil, wie gesagt, in der ganzen IT-Welt befinden wir uns einen riesigen Umbruch und dieses Unternehmen United Internet ist dynamisch, jung und dynamisch und wird als Speerspitze alles, was sich neu ergibt, voranschreiten und davon profitieren. Deswegen, ich sehe hier auch im Jahr 2018 eine Performance zwischen 50 und 70 Prozent. Und auch hier ist wieder angesagt, Anleger, die eine hohe Performance haben wollen, sollten auch diese Aktie in ihrem Depot haben. Schauen wir noch auf ein Negativbeispiel, denn die Deutsche Telekom, die nennen sie einen Albtraum für Aktionäre. Warum sollten die Anleger hier die Finger von lassen? Ja, schauen Sie, wir reden ja immer von Megatrends und starken Unternehmen und das sind meistens irgendwo Marktführer, erster, zweiter, dritte. Jetzt haben wir hier den absoluten Marktführer in Deutschland. Da kann man doch eigentlich erwarten, wenn ich Marktführer bin, dass ich ein gutes Geschäftsmodell habe und langfristig einen Mehrwert für die Aktionäre auch erzielt. Schauen wir uns die entwicklung dieser Aktie mal über die letzten 20 Jahre an. Ja, nachdem sie rausgebracht ist, ist sie wie eine Kerze hochgegangen, wieder in sich zusammengebrochen oder mehr gesagt wie ein Tannenbaum. Dann ist sie nur noch seitwärts gelaufen. Vor ein paar Jahren hat sie mal einen kleinen Schritt noch umgemacht. Das liegt daran, dass die Auslandsgeschäfte gut laufen, aber ansonsten pendelt sie her. Die Anleger haben kein Geld damit verdient und das ist einfach traurig, wenn wir die anderen beiden Unternehmen haben. Das heißt, was für ein Geschäftsmodell hat eigentlich die Telekom? Siehst du, das ist ein Unternehmen, das heißt Deutsche Telekom. Sie verwahrt, sie ist nicht innovativ, sie bringt jedes Land nicht voran. Wenn wir sehen, wie weit Deutschland abgehängt ist in der Breitbandgeschichte weltweit. Wir werden immer weiter durchgereicht. Einer der Gründe ist die Deutsche Telekom, die blockiert komplett alles. Unsere Wirtschaft leidet bereits darunter. Warum soll man in dieses Unternehmen investieren, was ein Riesenblockierer ist? Und das sieht man natürlich dann auch im Aktienkurs, weil hier sind keine Umsatz- und Gewinnerwartungen wie bei den anderen Unternehmen. Diese Aktie hat für die Aktionäre noch nie was gebracht. Wenn wir uns jetzt noch die Entwicklung über die letzten zwölf Monate einmal anschauen, im Verhältnis zu den anderen beiden Aktien, die wir sehen haben, dann sehen wir, das ist ein Nullsummenspiel. Und meine technischen Indikatoren sagen im Moment und die Fundamentalen auch alle, die Aktie wird jetzt weiter fallen. Das heißt, auch im nächsten Jahr wird ein Aktionär mit dieser Aktie kein Geld verdienen. Und langfristig sowieso nicht. Das heißt, Anleger müssen diese Aktie unbedingt meiden, weil sie können hier kein Geld mitverdienen. Sie sehen bei den anderen Aktien, wie man Geld verdient. Bei den anderen Aktien gibt es ein gesundes Geschäftsmodell. Die Telekom hat kein gesundes Geschäftsmodell. Die Telekom, Flop, Bechtle und United Internet top. Besten Dank Michael Proffe für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Und danke schön, dass Sie dabei waren. Gerne beim nächsten Mal wieder reinschauen. Bis dahin, machen Sie es gut.